Willkommen zu den Nachrichten vom 9. April bis zum 15. April 1923. Im Zentrum stehen heute ein Rückblick auf den Februar und März, die Trauerfeier für die Opfer des 31.03., die Rache der Mumien und ein Kommentar von Karl Lahm zu mitteleuropäischen Friedenswegen. Zuerst ein kurzer Rückblick. Im Februar und März ist die Lage im Ruhrgebiet weiter eskaliert. Die Franzosen haben ihr Besatzungsgebiet weiter ausgedehnt und halten nun auch Offenburg, Wesel und Gelsenkirchen besetzt. Die Abtrennung des Ruhrgebiets, vor allem über eine feste Zollgrenze von Emmerich bis zum Bodensee, hat gravierende Auswirkungen auf die Energieversorgung im restlichen Reich. Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen im Ruhrgebiet, General Jean-Marie de Gouth, untersagt allen Mitgliedern der deutschen Regierung die Einreise und den Aufenthalt in den besetzten Gebieten. Die deutsche Regierung setzt weiterhin auf passiven Widerstand und stellt die Zusammenarbeit mit den Franzosen unter Strafe. Gleichzeitig bilden sich Untergrundgruppen, um Anschläge zum Beispiel auf Eisenbahnlinien durchzuführen. Die Besatzer steigern die Repression. Immer wieder kommt es zu Beschlagnahmungen, Verhaftungen und Gewalt. Am 31. März 1923, dem Karsamstag, erschießen französische Soldaten 13 Arbeiter der Kuppwerke in Essen. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich ebenfalls. Der Wert des Dollars liegt Anfang April bei 21.120 Mark. Die Löhne halten mit der Inflation nicht mehr Schritt und reichen im Durchschnitt nicht mal für das Existenzminimum. Die Selbstmordraten steigen, während gleichzeitig die Filmindustrie blüht, weil die billige Reichsmark den Export ins Ausland ankurbelt. Im Zentrum der Krise steht die Reparationsfrage. Die Amerikaner bestehen darauf, dass das Vereinigte Königreich und Frankreich ihre Kriegsschulden zurückzahlen. Am 3. Februar unterzeichnen London und Washington beispielsweise eine Vereinbarung, die die britische Gesamtschuld auf etwa 4 Milliarden Dollar festlegt. Dies wiederum lässt wenig Raum, die Forderungen an das Deutsche Reich zu reduzieren. Neue Vorschläge, beispielsweise von Gustav Stresemann, aber auch von den sozialistischen Parteien der Entente-Länder, zeigen dennoch die Dynamik der Situation. Die zweite Aprilwoche 1923 begann mit der Beisetzung der Karsamstagopfer. Am Dienstag, den 10. April, geben 10.000 in Essen den Getöteten das letzte Geleit. Auf dem Kranz der Reichsregierung steht, den Opfern für Recht und Freiheit. Am Reichstag wehen die schwarz-rot-goldenen Flaggen auf Halbmaß. Im Plenarsaal erklärt Reichskanzler Kuno, klar und eindeutig ist das furchtbare Bild dieses Blutopfers. Recht und Arbeit auf der einen, Gewalt und Unrecht auf der anderen Seite. Nix kann diese geschichtlich klare Scheidung verwischen. Keinem französischen Soldaten ist ein Haar gekrümmt, aber 13 deutsche Arbeiter liegen in ihrem Blute. In Sachsen verließ der am 21. März 1923 neu gewählte Ministerpräsident Erich Zeigner seine Antrittserklärung. Dort erklärte den Hinterbliebenen der getöteten Essener Arbeiter sein Mitgefühl. Anschließend werden die neuen Minister der sozialdemokratischen Minderheitsregierung vorgestellt. Im polnischen Teil Oberschlesiens spitzen sich die Konflikte zwischen der deutschen Minderheit und der polnischen Bevölkerung zu. Wie Herbert Weichmann für die Vossische Zeitung berichtet, steht dabei eine Schule der deutschen Minderheit im Vordergrund. Die Zahl der Anträge betrug fast 45.000 und ergab, dass große Teile der eingesessenen Bevölkerung, richtige Oberschlesier mit polnischem Namen und überwiegend polnischer Sprache, ihre Kinder in die deutsche Schule zu schicken wünschten. Die Bevölkerung misstraute dem polnischen Lehrerpersonal und erachtete für das Fortkommen ihrer Kinder die deutsche Sprache für unumgänglich. So standen die Behörden vor der Aufgabe, in fast jedem auch noch so kleinen Orte eine Minderheitsschule, mindestens jedoch eine Minderheitsklasse zu errichten. Dieser regionale Konflikt wird von deutschen und polnischen Nationalisten aufgegriffen. In Deutschland mehren sich Gerüchte, dass polnische Nationalisten einen Angriff auf den deutschen Teil Oberschlesiens, analog zur Ruhrbesatzung, durchführen wollten. Die Deutsch-Völkische Freiheitspartei war vom preußischen Innenminister Karl Severing am 21. März verboten worden. Doch die Abgeordneten Wulle, Gräfe und Henning arbeiteten vorerst weiter. Am 14. April lässt der Polizeipräsident von Berlin die Geschäftsräume der rechtsextremen Partei schließen. Doch ob das preußische Verbot für eine reichsweit agierende Partei verfassungsmäßig ist, bleibt vorher offen. Doch ein anderes Thema bewegt die Öffentlichkeit. Die Rache der Mumien. Denn am 5. April 1923 starb der Archäologe Lord Cannavaron in Cairo, nachdem er kurz zuvor das Grab des Tutankhamun entdeckt und betreten hatte. Die fossische Zeitung kommentiert, Die einsteinsche Relativitätstheorie, bis vor kurzem der beliebteste Gesprächsstoff bei allen auf Bildung haltenden Snobs, ist in letzter Zeit etwas aus der Mode gekommen. Streng genommen war sie auch für diesen Zweck etwas zu schwierig und verwickelt. Unter Tausenden versteht sie kaum einer, und dieser eine hat sie höchstwahrscheinlich missverstanden. Da ist der geheimnisvolle Tod des Lord Cannavaron und die romantischen Deutungen, die ihm zuteil werden, ein viel bequemeres und dankbares Thema, das überdies der herrschenden okkultistischen Modeströmung in erwünschter Weise entgegenkommt und selbst sonst geschmackvoll leute Veranlassungen zu Hamlet-Zitaten und anderen Banalitäten bietet. Friedrich Naumanns Mitteleuropa, zuweilen missdeutet als ein literarisch-politisches Bauwerk imperialistischen Geistes, Friedrich Naumanns Mitteleuropa, zuweilen missdeutet als ein literar-politisches Bauwerk imperialistischen Geistes und darum untergegangen mit anderen Siegerhoffnungen der Mittelmächte, lebt in seinem ethischen und wirtschaftspolitischen Gedanken allmählich wieder auf. Die aus der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie entsprungenen Nachfolgestaaten, die den Balkan weiter gen Norden fortsetzen, haben ihre Zentrifugalbewegung etwas verlangsamt. Von nach recht feindseligen Blicken über die neuen Grenzen gelangte man zu ersten Höflichkeitsvisiten und dann zu immer häufigeren Meinungsaustausch über künftige Gemeinsamkeiten. Alt-Österreicher erschöpfen daraus Mut. Welche Aussichten haben sie? Die Friedensverträge von Versailles, Saint-Sormain und Trianon sorgten nicht nur für die Schwächung der Besiegten, es wurde auch jedem Sieger ein genügender Tropfen Gift in den Becher geträufelt. Bei der Länderverteilung schien ein jeder der alliierten und assoziierten Staaten zum anderen zu sagen, werde glücklich dabei. Machiavellistisch gönnte man einander ein Stück irredenter Erde, so schien der Siegerbund auf lange zusammengeschweißt, durch das allen gemeinsame Gefühl der inneren Schwäche. Der Militarismus, dieser solideste Ausdruck der Angstmeierei, durfte sich als Dauerinstitut betrachten. Das Gefühl der Verbundbarkeit ist groß. Die Tschechen fürchteten beispielsweise eine gemeinsame Sache von Österreichern, den Ungarn und dem faschistischen Italien. Doch Kuhn von der Vossischen Zeitung sieht hier Gründe für eine Verständigung aller Zentraleuropäer. Wenn wir trotz des bisherigen nationalen Separatismus vielleicht den Vereinigten Staaten Mitteleuropas näher sind, denn den Vereinigten Staaten Europas, so dank Wirtschaftserfordernissen mit tief ethischen Strömungen. Nichts könnte dieser Entwicklung hindernder sein, denn irgendwelche Vormachtsgedanken. Und mit diesen Überlegungen wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Bis zur nächsten Woche, dann wieder regelmäßig hier bei der Sendestelle Berlin.